ja das dauert noch ein bisschen so dann kann man das abholen genau aber die neu installieren verdammt seitlich ungünstig sehr ungünstig dann haben wir doch hier ein ding ist rein das hier war nur kalt stein kein marmor so was hier machen wir da nehme ich noch einen aufenthaltsraum ein verrücktes tier ist aber schlecht da kommt es irgendwie verletzt fast so eine besuchergruppe hallo so hier haben wir umgebaut sehr schön würden kletten kletten danke wie schaut es denn da mit däschern aus klatter kalkstein das gibt sogar dingens sehr schön das ist nicht kletten da tatsächlich nicht na gut minus 18 ach so wegen dem boah okay oh ein flüchtling oh das sind aber viele Foxys Ex-Geliebter ja komm mal kannst du denn so ach du grüne neue ist sehr schlecht der kann ja auch nix aufsehen kannst ja das kannst du gerne mal machst du nämlich nix ja doch reinigen und aufsehen ja passt überfall kreide sofort an naja ist das viele du mal die seite da ist keine waffe das ist schlecht fisch ich mal aus nahkämpfer was bist du gar nix so schrotflinte wir mal tauschen danke du bist ein fernkämpfer Julian ist Nahkämpfer gut dann legen wir mal los haben die fernkämmer dabei bestimmt oder kommen wir erstmal da oben lang ok gern präzisionsgewehr weil es ist lustig sehr geil die ist noch unterwegs so so Steve Julian komm doch mal her du sollst doch eine Waffe nehmen habe ich gesagt oder nicht was macht Maxus tritt das Feuer aus ah ja tu das mal was schießt du auf das Schweinchen oh was war das böse Aua macht das da kommen sie Brandgeschosswerfer gefährlich guh 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 und sterbt so sehr schön haben wir einen verletzten ja das kannst du so den behalten auf jeden fall gefangen ist tot auch alle tot oder du bist nicht tot kannst nicht besonders viel du bist gerade mal ein guter fernkämpfer aber ich glaube dich rettet trotzdem gefangen auch tot du bist auch verletzt der ist eher nicht so gut kein bett mehr dass man zum gefangenen machen so jetzt kannst du gefangen was das scheint so erlauben erlauben schöne präzisionsgewehre haben wir uns geschenkt das finde ich super ein gutes relativ wäre das ist auch schön geht nämlich hoch zum als gefangenen bitte mechanik merkt man den krematorium ach wir haben keine bauteile mehr jetzt super was wer ist gestorben wow ach so ja ok war das ein guter schon oder mittelmäßig versorgt versorgt so wie schaut es denn da aus wenn wir mal anwerben und dich auch sehr schön so so die toten machen meine abfallzone da kommen dann das löschen gleich neu wie menschlichen aber keine kurzen ja ist dieser london ja der macht gar nichts dabei ganz schön hier ein psychopath ist und der und habt ihr Eieiei. Was? Sammo? Wie ist das denn? Na, kann mir jemand noch ein Hükschen machen? Kau, aber gut. Danke. Nanofas auch nicht. Wolle auch nicht. Danke. Genau, wir rollen die mal alle da rüber. Da können sie von mir aus verrotten, wie sie wollen. Nee, ist verwirrt, wieso das denn? Neidisch. Wieso bist du neidisch? Eifersüchtig. Aha. Dann schauen wir doch mal. 3,5 2,0 Das gehört Steve. Brauchst du ein Eindrucksverdelt? Soll es? Nö. Dann kriegt Glied das da. So. Das soll er erreichen dann, hm? So, was machen wir jetzt hier? Das ist die Frage. Hier muss ich noch ein bisschen umbauen. Komm mal hier runter tun, da ist mehr Platz. Ah, das ist egal. Okay. So, da kann es ein bisschen besser laufen. Wunderbar. Hier geht es doch besser. Wieso sind da Waffen drin? Ach so. Ich baue noch die anderen Lagerzonen. Genau. Da müsste ich mal eins bauen. Was muss ich denn hier so hinbauen am besten. Hier. Ach so, da ist ja die Ventilator-Dingens. Kann man die immer umbauen? Nee. Ich könnte es abreißen. Dann machen wir das hier hin. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da habe ich ja richtig gelegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Machen wir das so. Bauen wir mal hier eine Tür rein. Da oben. Dann auch da oben bitte. Das passt ja so. Dann können wir das hier unten verkleinern. So machen wir das. Wohl. Hier lassen wir mal den Weg frei. So machen wir das. So ist gut. Oh, die Mürse müssen wir jetzt irgendwo anders hinpacken. Hmm. Hier kann man den Baum. Und hier. Oh, hier müssen wir wieder einen Strom hinmachen. Beziehungsweise ein Vingens für das Dach. Tür. Ich könnte hier noch ein bisschen das Goldlager erweitern eigentlich. Das reicht ja eigentlich am Platz. Abbrechen. Das reicht ja dann, ne? Also mit Steve los. Kein Bett oder was? Da bin ich genug betten. Geht auch da hin. Genau, das ist mal weg. Das liegt ja nämlich falsch. Okay. Wollte ich dich nicht nur installieren oder so? Halt. 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 Hierher. Strom brauchen wir noch. Das kommt weg. ja das ist okay das kann man so lassen und hier noch 1 2 dies verwirrt schon wieder fast den probleme und ernährt neidig hier hat 66 wo ein überfall tunel graben und verteidigung zu umgehen doch nicht schön tunel graben ist nicht nett dies erschöpft macht doch irgendwas ist doch was da hat bumm gemacht da hat bumm gemacht oh god hmm hmm oh 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 Ich brauche noch eine Kanzel, äh, eine Kanzel. Können wir mal hier alle zusammenkommen, wäre das möglich. Äh, was ist mit dir? Kauern. Aber eher ungünstig. Lea. Kauern, was hast du? Kauern. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 muss ich schon sagen das war bloß richtig böse so so so